Was verschleppst du? Wo erlaubst du dir noch keine Klarheit, obwohl es ganz, ganz wichtig wäre? Ich spreche einmal ein paar Dinge an, wo ich nicht klar war, wo ich eben dann den Weg gefunden habe, meinen Mut zu zeigen, wirklich diese Selbstehrlichkeit zu entwickeln. Und ich spüre, Selbstehrlichkeit ist nicht nur heilsam für mich, was schon sehr viel ist, sondern Selbstehrlichkeit ist auch heilsam für alle in deinem Umfeld, deine Partner, deine Familie, deine Kinder, dein gesellschaftliches, berufliches Umfeld. Alle profitieren davon, wenn du klar bist, wenn du den Mut hast zur Selbstehrlichkeit und wenn du spürst, was da dran ist. Ich bin hier heute einmal am Abend, ausnahmsweise, sonst nehme ich diese Beiträge am Morgen auf, wenn ich mich frisch und fit fühle. Jetzt ist es so, dass ich einen sehr erfüllten Tag vor dem dritten Advent hinter mir habe, der ganz gemütlich und beseelt war mit Backen, mit Lidern, mit allen möglichen Dingen. Aber ich habe es nicht lassen können, von etwas zu berichten, was sich jetzt kürzlich zugetragen hat. Und das hat bei mir großen Raum eingenommen. Und ich glaube, dass die Geschichte auch für dich interessant ist, weil auch du da Bezug drauf nehmen kannst. Ja, bei diesem zweiten Beitrag, der auch als Podcast verfügbar ist, finde ich einfach total schön, dass du jetzt mit dabei bist. Und es geht eben darum, dass ich meinen Arbeitskreis praktisch komplett verändert habe. Ich habe komplett neu gegriffen. Es ist so, dass ich ja einen Arbeitskreis habe, den ich im September vor einem Jahr gegründet habe und da ein Versprechen gegeben habe. Ich habe gesagt, wer in den Arbeitskreis kommt, für den ersten Preis, Gründerpreis, der darf, solange der Arbeitskreis existiert, bei diesem Kreis für den Beitrag dabei zu sein. Das waren 35 Euro im Monat. Das waren praktisch die Gründer, die da beigetreten sind. Und das lief also Monat für Monat mit einer Live-Monatsrunde, wo wir uns getroffen haben per Zoom bis jetzt im Dezember und auch die Inhalte, die ich jeden Monat eingestellt habe. Das war also wirklich ein Kreis, wo es um Kräuterkunde ging, um Spagyre ging, aber auch um innere Wege, das eigene Aufbrechen des heilsamen Tuns. Also ganz viele interessante Dinge. Aber was mir jetzt dabei geschehen ist, ist einfach Folgendes. Ich bin neu losgegangen als Unternehmer und darf jetzt auch aus meinen Anfangsfehlern lernen. Das ist so der erste Punkt, finde ich, der sehr wichtig ist zum Thema Selbsehrlichkeit, sich einzugestehen, wenn man Dinge gestaltet hat, die dann aber so verlaufen, und dass man die eigentlich korrigieren möchte. Also immer wieder Kurskorrektur auch vorzunehmen und sich das einzugestehen. Ich könnte auch sagen, aus Erfahrungen lernen. Und die Erfahrung war also folgende, dass ich einfach, ja, 20 Leute im Arbeitskreis hatte, jetzt im November. Und was ich tun sollte, war einfach dieses eine Treffen im Monat, wo ich live dabei war, angekündigt habe. Und dann waren wir miteinander im Austausch und es war eine große Freude, große Energie. Immer wenn das Treffen fertig war, war ich ganz beseelt und bin total beseelt zurück zu meiner Familie gekommen und war selbst erfüllt, war froh darüber, dass ich eben unterrichten, teilen, ehrlich sein, meine Erkenntnisse mitteilen konnte, den Raum öffnen für den Austausch untereinander und so weiter. Also ganz viele schöne, schöne Dinge. Das war so ein Tag im Monat und die anderen Tage habe ich so an zwei, drei, vier, fünf Tagen Beiträge eingestellt. Das war also praktisch fünf Tage von 30 Tagen etwa, die ich beschäftigt war für den Arbeitskreis. Zwischenrein kommen vielleicht Fragen oder Kommentare. Dann habe ich mich mal riesig gefreut, dass jemand eine Frage stellt, gehe in den Arbeitskreis hinein und antwortete. Ich bin also dann immer wieder eine halbe Stunde, eine Stunde zwischendrin im Arbeitskreis gewesen. Das kam aber nicht oft vor. Es war oft so, dass die Tage einfach vergingen. Es verging der erste Tag, der zweite Tag, es verging eine Woche und es gab vielleicht keinen Beitrag, keine Meldung. Und jetzt ist spannend, wenn du denkst, ja warum bist du damit unzufrieden gewesen, dass du nur fünf Tage vielleicht präsent sein solltest für diesen Arbeitskreis. Aber alle anderen 25 Tage lebe ich ja auch. Und das ist eine Frage der Perspektive. Ich habe mit dem 700 im Monat eingenommen, mit diesen fünf Tagen Aufmerksamkeit. Und jemand anders sagt, super, du musst da nicht viel Arbeit reinstecken, hast jeden Monat 700 Euro, ist doch total cool. Aber ich bin ich und ich muss auch selbst ehrlich sein und aufrichtig sein mit mir selbst. Und für mich ist es so, dass ich gerne intensiv arbeite, dass ich gerne dranbleibe und dass ich einfach spüren konnte, dass alle anderen Tage, jeden Tag meine Gedanken bei dem Arbeitskreis sind. Was brauchst du heute Arbeitskreis? Was brauchen die Menschen da? Und der Tag, an dem ich daran denke, aber nichts zu tun ist, ist richtig schwierig und richtig schwer. Und ich habe gespürt, dass ich sehr, sehr unzufrieden geworden bin. Und das bedeutet Änderung. Das bedeutet Mut haben, anschauen. Hier braucht es eine Änderung. Und jetzt spürst du auch schon, du bist mit dem Boot, weil diese Situationen sind uns alle vertraut, dass wir spüren, es gibt irgendetwas, wo wir so simmern lassen, wo wir so einfach uns davon schleichen, wo wir denken, naja, es passt schon, solange ich es nicht anspreche, wird es schon gut sein. Und dann hat es ein gewisses Maß, wo ich merke, aber Moment, Achtung, ich bin unzufrieden. Also ist Zeit für Veränderung und dass ich es neu greife. Was ich getan habe, ist eben, wenn ich merke, ich habe hier ein Versprechen gegeben, das war für mich super schwer zu sagen, jetzt Leute, es schaut so aus, ich bin unzufrieden mit dem, wie es läuft. Ich finde, die Arbeit, die ich anbieten kann, ist viel mehr wert. Ich finde, ich möchte nicht meine Aufmerksamkeit so verstreuen an viele Menschen, sondern lieber mit denen arbeiten, die wirklich Lust haben, dabei und intensiv auch die Zeit haben, denen es etwas wert ist. Und ich habe gefühlt, das war auch eine Frage des Preises. Aber bleiben wir nochmal vielleicht mit dabei. Was bedeutet das für mein Unternehmen? Mein Business ist immer so, der dritte Punkt auch schon hier, dein Unternehmen soll ja deinen Kunden und dir auch selbst dienen. Das heißt, wenn du spürst, dass du unglücklich und unzufrieden bist mit dem, was du tust, dann ist Zeit für Änderung. Also habe ich geschrieben, ab 1.1. wird der Preis monatlich erhöht und zwar nicht nur ein bisschen, sondern fast um das Zehnfache. Ich bin dann bei einem Preis, der monatlich einer Ausbildung entspricht. Ja, mehrere Tausend hat man bei einer Ausbildung und das sind dann 2.500 im Jahr. Das ist wirklich nicht besonders viel, aber im Vergleich zu den 35 im Monat, die es dann reduziert auf 350 im Jahr war, ist es eine deutliche Steigerung. Circa das Siebenfache, wenn wir es so grob anschauen. Was es mir gibt, ist mehr Klarheit, mehr Verantwortlichkeit, mehr Hingabe, mehr Dienstwille, mehr jeder, der sich dafür anmeldet, für den Arbeitskreis, für diese ein Jahr mit mir intensiv an der Spargürik lernen, dann ist klar, dieses Profil schärft sich plötzlich. Dein Profil wird klarer. Es geht nicht mehr darum, ja, welche Pflanze wächst da, wie sieht die aus, was ist der Unterschied vom Gundermann zum kriechenden Günsel, sondern nein, die Hausaufgaben hat jeder selbst schon gemacht und will richtig tief einsteigen, so wo ich einfach in meiner Expertise bin. Ja, Spargürische Tinkturen, Spargürische Essenzen, Arbeit mit dem Mineralreich und so weiter. Also ganz spannend. Ich habe mir erlaubt, aus den Fehlern zu lernen. Ich habe mir erlaubt, mutig zu sein, es anzusprechen und gesagt, ab dem 01.01. gilt Folgendes. Und ich habe die Verantwortung 100% übernommen, weil ich bin verantwortlich für, was ich gestalte und ich kann nicht so, naja, ich gebe die Verantwortung ab an die anderen. Ich lese dir vielleicht an der Stelle Rückmeldungen, die kamen, weil jedem, der jetzt hörst aus dem Arbeitskreis, ihr seid einfach fantastisch und ihr habt auch tolle Arbeiten gemacht. Es wurde nach einer oder zwei Wochen Mitgliedschaft, wurde destilliert in Glasdestillen und Kupferdestillen, ätherische Öle. Es wurden Präparate aus der Perle, aus Muscheln, aus dem Magnesit angefertigt. Also es war richtig, richtig was los und alles von dem, wo du Erfolg erzielt hast, war auch für mich eine riesengroße Freude, weil das ist ja, wofür ich da bin, um dir zu dienen mit deinen Erfolgen. Es geht nicht um mich, es geht um deine Erfolge. Aber die Rückmeldungen, also waren erst einmal, manche haben mehr Zeit gebraucht, manche weniger, aber der Tenor jetzt nach einer Woche etwa war, Vielen Dank für deine Nachricht und deine ehrlichen Worte. Ich lese gerade direkt eine E-Mail, die zu mir kam. Alles, was du sagst, kann ich nachvollziehen und finde es stimmig. Es reflektiert, ehrlich und mutig. Sehr inspirierend für mich. Und dann kommt, zeigte sich sofort bei einigen, dass sie ihren eigenen Einsatz reflektiert haben. Also ich spüre, ich bin nicht wirklich bei der Sache gewesen. Ich habe mich nicht so eingebracht, wie ich mich hätte einbringen können. Ich habe vielleicht zu wenig oder noch nicht praktisch umgesetzt. Und dann, Zitat, es fühlt sich an, als würde ich Perlen verschenken, Kostbares an mir vorüberziehen lassen. Und ich empfinde meinen Umgang nicht wertschätzend dir gegenüber. Und da ist also menschlich alles geklärt, aber es sind wie Schlacken in der spagyrischen Arbeit, wo man filtert. Und eigentlich das, was noch an Frequenzen, die noch hindernd, hemmend sind, dass die einfach herausgefiltert werden. Und wir mit dem weitergehen, was veredelt, was höher schwingt, was mehr Leuchtkraft und Lichtkraft hat. Alles, was du einbringst, ist, Zitat, seien es deine Gedanken, deine Videos mit Wissensinhalten, Inspirationen, Weisheiten, Musik, Naturbetrachtung, deine Leitung der Monatsrunden im Arbeitskreis strahlen so viel Licht und Liebe aus, Wissen und Weisheit. Und genau mit solchen Menschen habe ich es zu tun, denn auch die Person, die mir diese E-Mail geschrieben hat, kann es nur schreiben, weil sie es selber ist, weil sie selber spürt, dass sie diese Schritte geht, weil sie diese Schritte gehen möchte, weil sie diese Möglichkeit erkennt. Und das ist toll und dafür bin ich an der Stelle auch sehr, sehr dankbar, wenn du mich jetzt hörst, dass du einfach hier verbunden bist mit mir und vor allem mit diesem Kreis an Menschen. Ich stehe ja für einen Kreis von Menschen. Ich stehe ja nicht für mich als Einzelperson, sondern für all die Menschen, die da in dieser Naturkunde von der Erkenntnis der Natur und der Erkenntnis der eigenen Natur tiefer gehen wollen. Ja, und dann noch das andere, dann schreibt sie persönlich, was sie hindert und hemmt im Moment und der Zug noch nicht so stark ist, der Ruf noch nicht so laut. Und dann fand ich es sehr wertschätzend und schön, dass sie sagt, den Preis von 2500 Euro finde ich angemessen. Du vermittelst und schenkst unbezahlbar viel. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass du das geschrieben hast und vielen Dank für deine guten Wünsche. Ich bin sehr, sehr, sehr beglückt durch jede Nachricht, die mich erreicht hat, die mich bestärkt und bestätigt. Und glaub mir, es ist nicht einfach, zu dem zu stehen, was ich erkenne. Aber in meinem Herzen und in deinem Herzen gibt es immer wieder Momente, wo Klarheit geboren werden möchte. Es möchte eine neue Klarheit an den Tag treten. Und wenn wir die erkannt haben, dann können wir sie nicht weiter leugnen. Dann müssen wir auch dazu stehen und diese Mutkraft aufbringen und unsere Wahrheit wirklich sprechen. Der erste Punkt ist die Selbstehrlichkeit, das Selbstehrlichsein mit sich selbst. Und das ist oftmals der schwerste Punkt. Und wenn du den gehst, dann ist der erste Schritt zum Heilwerden, das heißt ja nur Ganzwerden, schon gegangen. Selbstehrlichkeit führt eben nicht nur zum Wiederganzwerden für dich, dass du wieder freudig dabei bist. Ich bin wieder mit Freude, mit Engagement mit dabei. Und ich habe gespürt, dass meine Klarheit bei meinem Gegenüber, bei den geschätzten, geliebten Gegenüber, meinen Freunden, meinen Kunden, meinen Mitforschern, dann eben auch der Stein des Anstoßes ist, im besten Sinne sich selbst zu klären, Selbstposition zu beziehen, selbst zu überlegen, wie es weitergeht. Bei anderen, die sich schon gefragt hatten, ist Christoph der richtige Lehrer für mich, der richtige Coach? Weil sie vielleicht erst einmal die Wege gehen, welche Pflanzen sind essbar? Wie kann ich dies und jenes als Mischkultur im Garten kultivieren? Das sind ja Dinge, die ich liebe, die mich interessieren, die ich aber einfach anderen überlassen kann. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen, so viele wunderbare Kräuterschulen, so viele Kräutermenschen, die das mit Freude und Vergnügen unterrichten. Bei mir ist das Profil die Spagyrik, das, wo wir sonst nicht so leicht finden können und wo einfach jemand, der schon sehr in der Materie steht, etwas entdecken kann, wovon er in seinem Herzen wusste, dass es existiert, aber nicht gedacht hat, dass er darauf kommen wird. Das ist so eine große Freude. Und diese Freude teile ich mit denen, für die es jetzt dran ist. Ja, also aus Fehlern lernen, sich zu erlauben, aus der eigenen Erfahrung zu lernen, war für mich wichtig, zu erlauben, zu sagen, ich greife es jetzt komplett neu und was es auch schafft, ist Klarheit für mich selbst. Weil meine Jupiter-Akademie kann nur so entstehen, weil ich diese Klarheit jetzt für den Arbeitskreis geschaffen habe. Und jetzt für die Jupiter-Akademie fließt es nur so und mein Gefühl ist auch so klar, dass wer im Arbeitskreis dabei war und weiter lernen möchte, na, dann gibt er einmal das, was es braucht für die Jupiter-Akademie und hat ein Selbstlernprogramm, das ihm sein ganzes Leben lang dienen kann und wo er in seinem eigenen Tempo, in seinem eigenen Raum, Umfang, wann er Muße hat, dann vorangehen kann. Und der Arbeitskreis ist doch für Menschen, die wirklich jetzt was wollen und die jetzt intensiv mit mir arbeiten wollen. Ja, die Preisfrage ist eben immer eine ganz wesentliche, weil es mit der Wertschätzung zu tun hat und meine Erfahrung war ja, dass mein Unternehmen nicht nur meinen Kunden, natürlich in erster Linie, meinen Kunden, meinen Freunden dienen soll, sondern auch mir. Das wäre absurd zu meinen, dass es nur den anderen dient und nicht auch mir dient. Und so war die Unzufriedenheit, dieses latente Gefühl von, hm, irgendwie, ich habe auch gar nicht Mut gehabt, die richtig tollen Sachen zu zeigen, weil ich dachte, ja, die checken das nicht. Oder, also es tut mir leid, ja, wenn ich da falsch eingeschätzt habe, aber so diese Kluft wurde immer größer zwischen dem, was ich tue praktisch und zwischen dem, was ich gespürt habe, was da getan wird. Und das schafft ein ungutes Gefühl. Wenn ich spüre, es gibt Unzufriedenheit, dann heißt es immer hinschauen, was ist da los und dann eben auch oft den Wert zu klären. Und es kann auch eine Preiserhöhung sein in deinem Unternehmen, wenn du unzufrieden bist. Und dann schafft das eine höhere Zufriedenheit. Und du brauchst keine Sorge haben, dass nicht Leute kommen, die den Wert erkennen. Schon die Leute, die schon da sind, erkennen schon den Wert. Das kriege ich immer wieder gesagt. Mensch, dein Coaching ist fantastisch. Der Preis übrigens ist wirklich, also ich bekomme deutlich mehr, als ich einsetze als Preis. Und so soll es ja auch sein. Es soll ja so sein, dass Menschen, die mit mir oder mit anderen Unternehmen zu tun haben, dass sie mehr bekommen, als was sie an Energie, als schmerzpraktisch einsetzen, an finanziellem Schmerz und Einsatz. Es ist doch immer ein kleiner Schmerz, muss es schon sein. Nur dann komme ich auch in die Tat und ins Tun und in die Umsetzung. Und gerade fürs Coaching ist es extrem wichtig, dass vorher gezahlt wird, bevor das Coaching beginnt, dass dieser Einsatz gezeigt wird und dann wirklich auch der Einsatz da ist. Und dann wird das Wort ernst genommen, dann wird pünktlich gearbeitet, wird verlässlich gearbeitet und so weiter. Ja, fein. Also es ist so, dass ja jeder Beitrag nützlich und anwendbar sein soll. Und ich denke, wir kommen hier schon an den Schluss dieses zweiten Podcasts, zweite Folge zur Klarheit, Mut und Selbstehrlichkeit. Ja, die Frage ist an dich. Was verschleppst du? Was wagst du nicht? Oder wo wagst du nicht den Blick, den klaren Blick? Wo begleitet dich täglich so ein Unwohlsein? Und ich würde dir vorschlagen, dass du eine Sache, ein Ding dir schriftlich notierst. Vielleicht machst du erst mal eine Liste von den Dingen, die dir einfallen. Was verschleppe ich? Wo schaue ich nicht hin? Wo fühle ich mich unwohl, aber ich kläre es nicht? Mach eine kleine Liste und wähle dann eine Farbe und umrande und unterstreiche das eine, was du jetzt angehen willst. Und wenn du bei YouTube zuhörst, dann schreib es ins Kommentar. Teil einfach, was es ist und schreib hin, bis wann du es angehen willst. Was ist es, was du angehen willst? Bis wann? Und dann schreib uns, wenn du es angegangen bist. Da haben wir eine Verbindlichkeit. Da schafft sich und webt sich schon so eine Verbindlichkeit, weil mein Wunsch ist, dass ich natürlich selbst immer diese Selbstklarheit, Selbstehrlichkeit lebe. Aber mein Wunsch ist auch, andere Menschen zu unterstützen, in ihre heilsame Kraft zu kommen. Und das geht nur, wenn wir selbstehrlich sind. Das ist meine Meinung heute an diesem Abend. Und ich danke dir sehr für dein Zuhören. Ich danke dir für die Daumen hoch bei YouTube. Ich danke dir für das Abonnieren. Ich danke dir für das Teilen und Weiterzeigen oder Sprechen mit deinen Freunden, mit deinen Freundinnen darüber. Ich danke dir für alles Humorvolle, das du in dein Leben, in deine Kreise bringst. Ich wünsche dir viel Gutes für alles Schöne und Heilsame, was du wirkst, für jede Geste, für jede Kleinigkeit. Kleinigkeit. Ich wünsche dir, dass du dir eine Sache jetzt tust, die dir Freude bereitet und dich belohnt, falls du nicht noch einen Tee vielleicht hast, eine warme Tasse an deinem Lieblingsplatz sitzt, hinausgehst in die Natur. Heute war das Schneien wunderbar und das Schlittenfahren. Ich bin auch einmal gefahren. Das war einfach großartig und sehr, sehr freudig. Und wenn du mit mir in Kontakt sein willst und mehr kostenlose Angebote auch erfahren magst, eine unmittelbare Klarheit bekommst du in meinem Leitfaden, den du unter www.christophpollack.org slash coaching findest. Da hast du sieben Leitfragen für sofortige Klarheit. Wenn das was für dich ist, dann trag dich da sehr, sehr gerne ein. Hab's gut. Auf bald. Dein Christoph. Viele, viele Grüße.